Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Heute haben wir ein interessantes Thema für Sie, Indoor-Farming, also den Anbau von Pflanzen in geschlossenen Räumen. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, Jörg Trübel, der sich intensiv mit dieser innovativen Methode beschäftigt. Herr Trübel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Lassen Sie uns direkt zum Thema kommen. Was genau versteht man unter Indoor-Farming und welche Vorteile bietet diese Methode im Vergleich zum herkömmlichen Anbau im Freien? Beim Indoor-Farming handelt es sich um den Anbau von Pflanzen in kontrollierten, geschlossenen Umgebungen wie Gewächshäusern oder Vertikalfarms. Hierbei werden sämtliche Parameter wie Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Nährstift zuvor präzise gesteuert. Dadurch können optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum beschaffen werden. Im Vergleich zum herkömmlichen Anbau im Freien bietet Indoor-Farming einige entscheidende Vorteile. Zum einen ermöglicht es den Anbau von Pflanzen unabhängig von äußeren Wetterbedingungen und Jahreszeiten. Dadurch können Ernteerträge maximiert und ganzjährig frische Produkte angeboten werden. Zudem benötigt Indoor-Farming in der Regel weniger Wasser und Pestizide, was zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beiträgt. Das klingt sehr vielversprechend. Welche Arten von Pflanzen eignen sich besonders gut für den Anbau im Indoor-Farming? Grundsätzlich eignet sich Indoor-Farming für eine Vielzahl von Pflanzenarten. Besonders beliebt sind jedoch Blattgemüse wie Salat, Spinat und Kräuter, da diese vergleichsweise schnell wachsen und weniger Platz benötigen. Auch Tomaten, Gurken und Erdbeeren werden oft erfolgreich im Indoor-Farming angebaut. Die Technologie ermöglicht es jedoch auch, exotische oder seltene Pflanzenarten anzubauen, die in bestimmten Regionen normalerweise nicht gedeihen würden. Das klingt wirklich vielversprechend für die Landwirtschaft der Zukunft. Gibt es auch Herausforderungen und Risiken, die mit dem Indoor-Farming verbunden sind? Natürlich gibt es auch Herausforderungen beim Indoor-Farming. Die Technologie erfordert eine hohe Investition in die entsprechende Infrastruktur und die technischen Geräte zur Steuerung der Umweltbedingungen. Zudem müssen die Betreiber über ein umfangreiches Wissen im Bereich Pflanzenzucht und Technik verfügen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Aspekt ist die Energieeffizienz, da die kontrollierten Umgebungen viel Energie für Beleuchtung und Klimatisierung benötigen können. Dennoch arbeiten viele Forscher und Unternehmen kontinuierlich daran, diese Herausforderungen zu meistern und das Indoor-Farming weiter zu optimieren. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Trübel. Zum Abschluss würden wir gerne Ihre persönliche Meinung hören. Wie schätzen Sie die Zukunft des Indoor-Farmings ein? Ich bin überzeugt, dass Indoor-Farming eine entscheidende Rolle in der zukünftigen Landwirtschaft spielen wird. Angesichts der steigenden Weltbevölkerung und den Herausforderungen des Klimawandels wird die Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Anbaumethoden immer größer. Indoor-Farming bietet genau das. Es ermöglicht eine ganzjährige Produktion von frischen Lebensmitteln, ohne auf große landwirtschaftliche Flächen angewiesen zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass diese Technologie weiterentwickelt wird und eine wichtige Rolle in der Ernährungssicherung der Zukunft einnehmen wird. Vielen Dank, Herr Trübel, für Ihre Einschätzung und die interessanten Informationen zum Thema Indoor-Farming. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Fachgebiet.